Ein alpiner Bunsch. Bunsch bedeutet aufschießen der Leine und sichern dieser aufgeschossenen Leine, um Wulings zu vermeiden und einen sicheren Transport zu gewährleisten. Diesen Bunsch, der natürlich größer ist, kann man sich dann über die Schulter hängen und gut transportieren. Zunächst wird die Leine aufgeschossen. Das heißt, man legt sie in ordnete Terms. Dann wird das obere Ende buchtförmig ritten gelegt. Mit dem anderen werden die Bucht und alle Dörns der Leine straff umwickelt. Dabei wird dieses Arbeitsende selbst bekniffen. Macht in der Regel sechs Turns oder auch weniger. Nach dem letzten Turn wird das Arbeitsende durch das Auge gesteckt. Und hiermit dicht geholt. Damit haben wir den alpinen Bunsch. Der wie gesagt eine Leine gut transportieren lässt.